Musik Mein Name ist Wilfried Christiansen und ich wohne in Leck. Ja, warum kennt man mich hier? Ich bin natürlich, früher sagte man Dorf-Sheriff. Seit 1991 bin ich hier in Leck. Seit 25 Jahren mache ich Selbstverteidigung für kleine Kinder hier in Klintum. Außerdem schreibe ich diese Facebook-Gruppe Leck früher und heute mit 3.500 Mitgliedern mittlerweile. Dort möchte ich viel sammeln. Alte Bilder vor allen Dingen. Und das sind alte Bilder von Leck, von der Mühle, die es damals hier gegeben hat, die 1928 abgebrannt ist und, und, und. Und das archiviere ich alles schön und so klappt das ganz gut da. An Nordfriesland liebe ich vor allen Dingen die Nordsee. Mit meinem Bruder, den ich leider viel zu früh verloren habe, haben wir zusammen Moderatoren hier durch die Rapsfelder gemacht. Und das mache ich heute noch gerne. Ob ich nun in Erinnerung an ihn da durchfahre oder einfach, um ihr Gegend zu genießen, also das ist mein Ding. Nachdem meine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat, die hat gesagt, Mensch, du hast ein tolles Urlaubsfoto gemacht in Dageville bei deiner Motorradtour mit meinem rauschigen Urlaubsbad. Und da hat sie eben gesagt, Mensch, das Foto, das muss da hingeschickt werden. Dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, na gut, ich schicke das Foto da mal hin und dann wollen wir mal sehen, was was wäre. Dann mache ich mir mal einen Spaß draus. Und aus dem Spaß wurde plötzlich unter die letzten acht gekommen und ich war total begeistert. Bis zum nächsten Mal.